ARD Text im Auftrag von Funk Es macht eigentlich immer Sinn, Anmoderationen erst nach dem eigentlichen Geschehen zu machen. Herzlich Willkommen zu einem 0815 Vlog. Ihr seht jetzt, ist natürlich schon, nein, ist nicht vorbei. Ihr seht jetzt quasi, zeitexklusiv, wie Freshmaster B sein Auto aufpimpt. Viel Spaß. Es ist eigentlich nur das Intro für die Aufnahmen. Jetzt gleich kommt der Fahrer und dann wird dein Auto hochgefahren und dann wird der Auspuff ausgewechselt und dann guckt nach vorne. Oh mein Gott, ist das ein LKW? Nein! Mein lieber Mann, eine Mikrowelle von Moulinex, das ist die Idee. Schule aus, Essen fertig? Ja, mit der Mikrowelle von Moulinex für die beste Mutti der Welt. Passt mal auf, Menü rein. Und ruckzuck, fertig. Geht ja irre schnell. Forelle rein. Und gar. Oder tiefgefrorenes Auftauen. Essen fertig? Tja, mit unserer Mikrowelle von Moulinex. Für die beste Mutti der Welt. Nur 599 Mark. Unverbindliche Preisempfehlung, die Mikrowelle von Moulinex. Heißen Sie, Johnny Knox mit. Ja, 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 ja. Und du wirst dich jetzt in die Luft heben lassen, ja? Ja, ja, ja. Ich kann ja da gar nicht mehr aussteigen. Ja, und? Und die Karte, ich muss die Karte. Wie geht es? Passt denn? Ja. Wow. Feierabend. Stand eines Lebens, ne? Es war so unfassbar hart, diesen Holzklotz da drunter zu legen. Das ist jahrelange Erfahrung im Stand-Business. Und dann noch der Profifuß. Ich brauche erstmal, ich brauche mich hinlegen. Scheiße. Ja, ja, ja. Ich brauche mich hinzufę. Ich brauche Navles. Das war's für heute. Wir bauen jetzt das neue Hydrauliksystem ein. Wir machen den zum Lowrider. Die Bluetooth Box habe ich auch schon eingebaut. 50 Watt. Da geht was. Und natürlich kommen noch Spinner Felgen drauf. Hier diese Felgen sollen drauf. Herzlich willkommen bei unserem Gabelstapler Tutorial. Wir werden heute mal probieren, einen Gabelstapler, der gerade ein Auto hochhält, auf amateurhafte Weise. Komm, komm, wir versuchen mal das Ding runterzukriegen. Gib doch hier sicherlich noch den Auslöserknopf. Was dort!